Hallo und herzlich Willkommen zu Scribbl Nauts Unlimited, wir gehen zur nächsten Welt. Nehmen wir mal diese Höhlen, Majesticule Grotte. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Aha, Hexen. Okay. Hilfe, sorg dafür, dass die einsame Video seinen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Nicht hier, nicht hier, na. Ah, hab ich Fallcheck geworfen, aber egal. Man weiß ja nie. Einen einsamen Partner findet, was man nen Partner findet. Was soll man nen Partner finden? Da. Bigfoot und Medusa. Fütz'n Offenbarung. Ich hatte mich schon angefangen, aber nix. Da. Warte mal, was war ne andere gewaltiger Fisch. Nein, ich setz' einfach... Da. Nein, ähm... Da. Oh. Was willst du? Ich find's ja hässlich für die Liebe. Hübsche. Hübsche. Ah, okay. Hallo. Was willst du? Ich will mir von diesem Grund etwas wünschen. Ach. Da. Okay. Ich brauche Vorräte für Großmutter. Nein, das ist der große Böse Böse Böse. Mein Haus sieht so langweißig aus, das könnte das Farbe gebrauchen. Rote Farbe... Rote Farbe... Da. Hübsche dem Pionier auf den Oregon Trail. Gucken wir mal. Ähm, dieser Pionier geht Richtung Westen. Aber was ist sein Beruf? Gib ihm ein Objekt, um zu einem Bauern, Schreiner oder Bankier zu machen. So ein Bankier ist cool. Ein Ochse ist an Typhus gestorben. Ich schaffe ein Tier, um ihn nahe zu ersetzen. Ochse. Weiter geht's. Ähm, mein Essen hat knapp... Ich weiß nicht, wie man... Ja, ich schaffe jemand, der mir das beibringen kann. Man kann schon so vieles herausleiten, ne? Hallo? Okay, das reicht glaube ich. Ich habe es zum Ende gesehen. Ich schaffe jetzt ein Heim für mich. Ähm... Was? Wenn ich manchmal die Tasten nicht sehen kann, ist das Scheiße. Und, geh rein mit deinem Steak. Oder stell dich oben drauf. Oh, yeah. Richtung Westen. Fertig. Schon 23 Stück. Ich glaube, ab 24 kommt wieder das nächste Gebäude. Nächste Land, ey. Oh, was wollen die beiden? Oh, das ist nicht leckeres Haushalt. Hilfe. Hilfe. Leih mein Haus entdeckt. Um davon das aufzufressen. Aua. Okay. Das Haus greift mich an. Boah, jetzt kommt der Battle. Jetzt sterben die alle. Na, nicht gegen den Bigfoot-Hömer. Tja. Oh, Mann, ey. Graf Gänsefüße ins Schloss. Alles klar. Dann weiß man schon, wo man geblieben ist. Aha. Das sieht viel aus. Das sieht sehr viel aus sogar. Hallo. Darf ich mal? Vorsicht, du Füße. Gib mir etwas, um die Ochs umzureiten. Was? Nein. Nein. Was? 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 Nein. Was? Ich dachte, das heißt, ich gebe den dort. Naja, nehmen wir einfach ein Auto oder so. Boah, ich gehe erstmal da rüber. Achso, ich kann auch gar nicht durch. Warum setzt du dich nach hinten? Oh, ich gebe den jetzt einfach ein kacknormales Pferd, ey. Mainstream ist doch klar. Ah, zufrieden? Warte willst du, ich bin an Heuhaufen und Beine. Mann, 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 ey. Gib mir etwas, um den König zu unterhalten. Einen Ball? Kennst du den Ball nicht? Ich bin auf Adjektive. Ich bin auf Adjektive. Oh, sterbensmüder Ritter. Gib uns etwas, um unsere Klamaten aus der Gefängnis zu holen. Da. Schon 3 zu 8. Irgendwas kann ich schon nicht ausführen. Na, ich mache erstmal die, die. noch nicht da Köln ist ein großer Prinz an der die brauchen alle keine Hilfe, das ist komisch gib uns Waffen um die Eindrein das ist immer ein schönes Waffen sind immer schön jetzt kann ich immer zack da hat es nichts Hilfe meinen Freund zu retten aber töte dabei niemanden hab ich gewonnen komm näher um mich zu starten ok gucken wir mal was jetzt kommt Hilfe einer Exe beim Aufwachsen damit sie der Schreckenskönig reistet ok machen wir das mal diese Babyotech wird eine große starke Drache werden aber sie ist zugewöhnlich machen sie magisch das sind Feuersache, gib ihnen etwas was ihm liegt mit 2L natürlich ok und jetzt ich zeig dir das demonstriert er das auf naja trainiere deinen Drachen, stell dir jemand in den Käfi der es mit den Feuersachen aufnehmen kann ok komm ah meinen schönen Brachen ich glaub hier gar nix mehr hier mein D.A.S. für die Feuerwehrkampen Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, wir haben einen Feuerwehrmann getötet, warum nicht? Ähm, weiter erstmal. Ich möchte jetzt erstmal alles zu Ende machen, da haben wir den nächsten. Der Stein weiß nicht, aber ich brauche noch einen Bestandteil, dass es schon lange gibt. Was fehlt noch? Zwei Stück. Ach, wann war ich denn? Macht's. Na, guck mal deine an. Was braucht ihr denn? Hilfe uns am Ritter vorbeizuschleichen. Ich möchte mal irgendwas extravagant. Was zum Teufel ist das? Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Oh, ich kann das noch aus. Da. Wieso hab ich die hier nicht über... Ich hasse die so schnell. Gibt mir etwas tiefer aus dem Tragen. Und das letzte Ding. Graf ist Grufthaus. Was ist das? Bapapapapa. Gniss! Ok. Was brauchst du? Wie ist Graf? Wie ist er sagt? Ruf Dinge ins Leben. Hilfe! Wir hätten gerne etwas zum Spielen. Das ist von Shining abgeguckt. Die Luftschlangen hier. Spielt er mit, Kinder? Seifenblasen. Nein, nicht mehr Seifenblasen. Seifenblasen. Yay, warum ist alles noch auf? Kannst du denn dein Spiegelbild sehen? Oh, der böse Doppelgänger. Befreie mich vom Bösen. Exorzist. Ah, was habe ich denn geschrieben, Alter. Exorzist. Gibt es nicht. Naja. Fahrer. Okay, ein Strauß, ey. Ähm. Dämonen. Oh, nein. Er greift doch an. So. Okay. Wir feiern ja eine Party. Natürlich feiern wir eine Party. Nehmen dafür eine Disco-Kugel. Okay. Zauberbuch. Was ist hinter mir? So einfach geht das. Hä, war ich da oben nicht? Egal, eine Passage, alles klar. Brauch Regner, Papa. Okay. Was ist das denn? Schambler. Die Flamme hält mich hier unten los an. Die Flamme. Ihh. Wir brauchen hier noch Hilfe. Komm ich noch hoch? Ah, weg hier. Mehr rauskomme ich hier nicht. Hier. Cool. Ich will fürchteinflößende sein. Ähm. Fürchteinflößende. Boah. Wie komme ich auf diese Wörter? Fürchteinflößende. Belebt mich wieder. Komm näher, um mich zu schlafen. Mach den Dachboden etwas gruseliger. Wir brauchen die Schau. Gruseln. Nein. Eine Wunde. Nein, Gruselmasken. Genau. bin die geister an der freie sie haben sie doch ihr habt es schon längst gefunden ach warte mal ist die zeit schon vorbei scheißen dreck ich glaube schon befreie das haus von etwas mit dem man das übernatürliches sieht ich habe keine ahnung ein sensor oder mann nein so ein sensor habe ich nicht gemeint oder gibt es nur den man gibt es nur den radar radar monitor radar gerät mit dem man übernatürliches sie lassen überlegen so lange kann er die zeit ablaufen mit übernatürliches übernatürliche geister und dann besteht ja warten wir geben etwas mit übernatürliche stein der reisen hätte sein ähm nein ach wir haben keine zeit was soll das denn magisches buch so jetzt kann ich die geister sehen dann gibt die drei und verlasse dieses haus bei ähm ähm boomerang boomerang zum spielen alter was willst du eigentlich von mir alter witzig und womit kann man spielen ist ohne witz ich habe keine zeit ähm ähm boah ich habe keinen nein du kannst nicht spielen so alter mit der xbox kann man spielen ähm womit kann man oh das ist doch unglaublich mensch ich weiß gar nichts womit kann man spielen wenn man raus geht dann spielt man sonst ich spiele ja nur fußball aber womit kann man denn spielen das ist doch unglaublich 12 sekunden das ist doch unglaublich das ist doch ein ball ein ball ich gebe mir drei dinge mit dem ein kleines mädchen spielen ne 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 modell aus und nein doch cool ich verschwinde erst wenn ich die hausse bekommen ich verdiene drei dinge fahrer faffe lang langsam ein tippen mensch da kommt noch ganz etwa fehler ein so jungfrau die natürlich nicht was gibt es noch was kann man zu einer hochzeit eintragen ich sitze hier schon seit langes mit drei reliquen der heiligen kirche heilige ach direkt zwei dinge richtig gut ähm ein kreuz noch ich war jetzt längst in diesem skimmel drängen die ich zu lebzeiten wollte ein schwert ah falsch geschrieben gut dankeschön ähm mensch ich schreibe aber fast jedes falsch jetzt vielleicht hat andere schwert ich schief msch msch zu Vollständig. So Leute, für diese Folge bedanke ich mich. Ich verabschiede mich. Ciao.